Wir stehen am Ende einer ereignisreichen Woche. Am Mittwoch haben wir im Deutschen Bundestag sehr intensiv das Thema Organspende diskutiert. Ein Thema, was auch viele, viele Menschen bewegt. Das sind tiefgreifende ethische Fragen, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir zu wenig Organe haben für die Menschen, die krank sind und ganz dringend auf diese Organe warten. Am Donnerstag haben wir viel Geld auf den Weg gebracht. Geld für die Digitalisierung von Schulen. Dazu musste das Grundgesetz geändert werden. Das haben wir gemacht. Jetzt liegt der Ball im Feld der Länder, die im Bundesrat diesen Grundgesetzänderungen zustimmen müssen. Das Thema Migration hat uns auch in dieser Woche bewegt. Wir haben einen Entschließungsantrag beschlossen zum Migrationspakt. Dieser Migrationspakt der Vereinten Nationen soll dazu beitragen, dass Migration besser gesteuert wird, dass mehr Menschen in den Ländern bleiben können, wo sie sich derzeit aufhalten. Das ist eine Geschichte, die für Deutschland ganz, ganz wichtig ist. Denn wenn es den Menschen woanders gut geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie nach Deutschland kommen. Wir hatten in dieser Woche auch eine Veranstaltung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ein wichtiges Thema. Es ist heute kaum vorstellbar, dass Frauen einmal nicht wählen durften. Es ist aber immer noch ein Fakt, leider auch bei uns in der Partei und in der Fraktion, dass Frauen nicht die Rolle spielen, die sie spielen mussten. Wir hatten dazu eine Podiumsdiskussion, eine beeindruckende Rede unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und wir haben viele, viele Pläne, wie wir Frauen eine bessere Repräsentation, eine angemessene Repräsentation auch in politischen Gremien ermöglichen. Am Freitag haben wir uns mit dem Thema Weiterbildung beschäftigt. Weiterbildung wird das ganz, ganz große Thema sein, was uns in den nächsten Jahren in einer Arbeitswelt, die sich stets verändert, beschäftigen wird. Hier haben wir gute gesetzliche Grundlagen gelegt. Und zumindestens für die CDU-Abgeordneten gilt, dass sie am Ende der nächsten Woche einen neuen Parteivorsitzenden oder eine neue Parteivorsitzende haben werden. Da sind wir alle sehr gespannt. Und insofern freue ich mich darauf, Sie in der nächsten Plenarwoche wiederzusehen. Wiedersehen.